Gut, wir gehen jetzt zurück zur Ecke Lichtenberg-Bolzmannstraße durch vorne. Weißt du noch, wo wir gerade sind? Hier sehen wir wieder das Tentomax und dahinter ist die Fakultät für Maschinenwesen. Wir sind also jetzt wieder relativ mittig auf dem Campus. Tatsächlich endet unsere Tour für heute hier auch. Wir haben der Einfachkeit halber einige Gebäude übersprungen, zum Beispiel das LRZ, das Fraunhofer-Institut oder die Unternehmertum. Aber die wichtigsten Gebäude, die wir als Student bekannt sein sollten, hast du gesehen. Und ich hoffe, es hat dir sehr geholfen, dich hier in Zukunft auf dem Campus zurechtzufinden. Und vielleicht sieht man sich auch während des Studiums mal wieder. Ich verabschiede mich hiermit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020